hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel art of conquest ich habe das mir gerade schon heruntergeladen und schon mal so weit installiert dass ich meinen alten account wieder habe also musste gleich schon hier um das zeichen durchkommen dass ich die quest geschafft habe aber gespielt habe ich noch nicht das ist neu glaube ich dass wir noch nicht gesehen obwohl ich ja schon einmal weiter war erstmal wenn wir jetzt hier unsere ganzen sachen aufwerten alles einsammeln ok ich war schon sehr lange nicht mehr online also dieses jahr war schon mal online das weiß ich weil letzt hatte ich damit angefangen was heißt damit angefangen jetzt habe ich das spiel einmal gespielt gehabt und da habe ich dieses jahr gespielt aber von dieses jahr normal lässt euch das spiel gehabt bis letztes jahr habe ich das spiel gespielt und dies habe ich das spiel auch gespielt aber dieses jahr konnte ich das spiel von letztes jahr nicht irgendwie laden keine ahnung ich glaube tatsächlich beim ersten mal das spiel gar nicht verknüpft mit facebook und mit google play deswegen konnte ich das spiel nicht laden konnte ich das spiel nicht laden letztes mal habe ich das spiel verknüpft und ja deswegen kann ich da konnte ich das spiel jetzt wieder laden so das haben wir jetzt alles gemacht noch mal den laden anschauen öffnen das ist doch schön öffnen wieviel drohen kriege ich geschenkt ich sag jetzt nicht ich muss jetzt 4.990 ton öffnen ne wollte ich schon sagen das wäre auch heftig gewesen und die setzten und die setzten damals saß glaube ich da gingen sie von oben nach unten immer bei dem spiel hier jetzt haben sie es auf diese variante gemacht ok gut dann haben wir jetzt alles da haben wir noch was hier geschenke ergebnis ich hier 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 Das 3 darf ich nehmen. Für 1,09 Euro. Jetzt haben wir alles weg. Wo war meine Liste, was ich am Tag machen muss? Jetzt muss ich mich einmal kurz reindenken. Held. Okay. Gegenstände. Anlegen. Oh, mein Sound ist ein bisschen leise. Okay. Gut. Das waren Helden, Einheiten, Level 1, Level 2, Level 3, 12 Stück ausbilden. Schon fertig? Nee, ne Güte. Schon fertig. Ei, ei, ei. Inventar, okay. 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 König Bowen 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 Okay, das geht nicht jetzt schnell auf. Gut, dann werden wir folgendes machen, der ist ja jetzt hier am Bauen, wollen wir erstmal hier rausgehen und erkunden, da, Angriff. Ähm, wir werden erstmal nach vorne setzen, die Sega. Dahinter setzen wir, wie viel wir euch benutzen. Die wollte ich gar nicht haben. Äh, Rückruf. Da kommen die Bonschützen hin. Das müsste reichen. Dann sagen wir, wenn wir uns mal die schönen Sachen machen. Also wir haben gerade gut Schaden eigentlich gemacht, fand ich. Ja. 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 Hier ist ein Geräusch von meiner Magik! Long live Silverwing! Long live Silverwing! Jaaa! Lala! Hm, Magia! Jetzt brauche ich schnelle Einheit! Lala! Okay, let's go! Long live Silverwing! Nice! Ganze Gold einsammeln! Da ist noch so ein Skelett! Jaaa! Jaaa! Bis zum nächsten Mal. Arschers, attack! Long live Silverwing! I will see the day of Silverwing's rebirth. Level Up! Jawohl! Ein bisschen Holz einsammeln. Oh, schon fast fertig. So, jetzt machen wir die nochmal kaputt, dann die auf der anderen Seite und dann nochmal die und dann haben wir das schon fast geschafft hier. Ja. Justice stands by my side. Play a little game. For Silverwing! Here's a taste of my magic! Long live Silverwing! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Jetzt freue ich wieder schnelle Einheiten. Hm? Justice stands by my side. Play a little game. For Silverwing! Unde. Ogst pelos! Here's a taste of my magic! We long live Silverwing! Schon wieder Level Up. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Silberwing! Hier ist ein Geruch von meiner Magik! Wir leben sehr lange Silberwing! Hm, schaffe ich das auch? Zu zweit? Ach ne, das brauche ich gar nicht! Yeah, zu zweit! Die haben irgendwie Angst immer vor der Zaubermachenkraft! Okay! Vier Sekunden noch! War ich ja richtig pünktlich gewesen! Oh shit! Wollen wir erstmal schnell! Stadtmauer! 6 Minuten! 3 Minuten! Na gut, fahr damit mal! Oh, geht auch schnell! Gut! Schnell! Und... Stadtmauer! Geht auch schnell! Das ist doch... Schillen! 24 Minuten! Geht nicht schnell! Schau mal, was haben wir noch hier alles! Hm... Schwertkämpfer ausbilden! Schwertkämpfer ist Level 1! Das sind doch die Schwertkämpfer! Ja! Oh, ich hab Vollbild drin noch! Oh! Helden... Fähigkeiten... Erstmal nur... Alles erlernen... Verbessern kann ich später machen! 2,5 Nebelregionen! Also, eine haben wir ja schon mal! Bilde einen Schwertkämpfer! Level 1 aus! Hm... Hab ich das Bild? Nicht gerade! Was ist das denn noch für einer? Pacific! Oh ja! Danke! Oh! 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 Justice stands by my side! Play a little game! For Silverwing! Oh! 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 Oh wow! Oh! Oh! Vielen Dank. Ah gut, dann kommen jetzt die hier dran. Ah, warte mal, ich wollte mal die hier holen. Dann, zeig ihnen die Wille der Silverwing. Here's a taste of my magic. Ja! Ich hab ihn! das ist immer ganz wichtig dann können sie nichts machen und hauen meistens dann ab ich möchte die mal das ist immer ganz wichtig Oh, so geht das. Es sind nur noch zwei da. Gut. Und? Nein, kein Leveler. Ich habe so wenig Level-Ups heute schon gehabt. Da probiere ich was aus jetzt. Ne, die nicht. Ich wollte die hier doch nehmen. Und? Ja. Und? für Silberwing! Gotta find another way! Here's a taste of my magic! Then, show them the will of Silberwing! Yeah! Archers! Attack! Long live Silberwing! Yes! What do you do remember? I'm so good at this! I'm so good at this time! hier die Magierin. Hier die Langsperre, die anderen Langsperre und den König. Einmal alle trennen. Hier die Magierin. Sobald welche abhauen, kriege ich einen Moralschub. Dann werde ich schneller und stärker. Oh! Okay! Noch zwei Nebelflächen freischalten, dann habe ich das nächste Kapitel erreicht. Hier oben war gleich 100. 50. Oh! 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 Oh, okay. Noch die zwei Erfolgs, was wir benutzen. Nice. Komm her, du bist der nächste. Bombschütze. Bombschützen. Ach, das reicht. Ja, warte. Okay. Oh, ich kann den nicht mehr benutzen. Der ist kaputt. Na ja, das werde ich gewinnen. Aber es wird jetzt ein bisschen dauern. Eine Minute habe ich Zeit. Oh, da umläuft ja eine Zeit. Noch nie so drauf geachtet. Vielleicht wenn du so schaust wie sie hier kämpfen. Fertig. Ich weiß nicht, dass hier um eine Zeit ist. Oh, vor allem sind auch schon welche tot. So, jetzt geht es aber schnell. Neun Sekunden habe ich noch. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und. Hm. Das kann doch nicht sein. Ich kann nur zwei Sachen nehmen. Probieren wir mal hier die bösen Skelette und diese. Okay. Ah, hier ist ja auch Level 2 jetzt mit dabei. Okay. Auftrag abgeschlossen. Okay. Jetzt, äh, sind das drei Truppen. Muscle. Die bösen Feen habe ich vertrieben. Okay. Oh, ich kann nicht mehr drauf. So. Ja, dann. Wenn wir so schauen, dass wir so alle kaputt hauen. Ich weiß nicht mit der Spinde. Soll ich lieber warten, bis der andere Held noch da ist? Soll ich lieber warten, bis der andere Held noch da ist? Ich weiß nicht. Soll ich hier bin, bis der Glück ist sicher. Nice, nice, nice. Okay. Dann brauche ich einmal die hier. Dann brauche ich einmal die hier. Dann machen wir es so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah. Meine Skilette sind schon alle down. Meine Heldin auch gleich. Ah. No. Oh. Yeah. Oh. Genau. das sieht ganz schlecht für mich aus also ich werde es schaffen aber ich habe so viel verluste ach jetzt kommen wieder welche zeit abgelaufen verlassen abbrechen also die spinne habe ich nicht geschafft einsammeln ok gut dann bauen wir die akademie schnell oh das ging auch noch mit schnell sechs minuten schnell schnell 12 minuten das werden wir heute leider nicht mehr schaffen armee schwertkämpfer äh sperrkämpfer forschen schnell forschen schnell forschen geht auch schnell dann schauen wir mal wer geht auch schnell jetzt muss ich die akademie schon aufleveln das 100 das ist auch 100 das ist auch 100 welchen nennen wir denn nirgendwo 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 nach oben. Kann man auch gedrückt lassen. Nein, kann ich auch nicht. Für Toshi geht auch nicht. So, machen wir den noch auf. H5 Nebel geschafft. Da haben wir das Kapitel für heute auch schon. Ja, Kapitel 3. Okay, einsammeln. Gut, das war's für heute. Mal schauen, vielleicht kommt ja morgen das Spiel wieder dran. Dann machen wir morgen Kapitel 3. Und der Kampf gegen der Spinne. Noch mal gucken nach den Leuten. Ich habe jetzt die hier. Ok. Ok. Die will ich nicht. Lieber die hier. Oder Level 2 AD. Ha. Doch, kein. Ich habe nur Level 2 AD. Level 2 AD. 1 AD. 1 AD. Ey. Ich wollte nicht raus. Da ist nochmal. Gegenstand. So, das war's für heute. Ich werde das Spiel beenden. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn der Band. Oh, da warte mal. Was ist denn da? Rang. Ich kriege eine Beförderung. Was ist das da? Eine Truhe kriege ich auch noch. Und da? Ein Geschenk. Das war aber alles jetzt. So, jetzt. So, Ben, kann ich das nicht. Also muss ich so machen. Dann sag ich mal. Ich hol mir jetzt mein Ticket ab und sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.